Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World! Yeah! Yeah! Hallo! Und der Daniel ist auch am Start, das hat man gehört. Was? Also jetzt? Ja! Ich bin am Start. Und der Daniel ist am Start. Der Daniel ist am Start. Der Daniel ist am Start. Wir sind bei 3 und wir gehen in 3, 4. Der Daniel ist ans Mikro gekommen. Panik im Pastel! Das fängt so perverstiger. Oh, oh, jetzt aber, Konstellation. Scheiß auf die Krone. Derjenige, der die Krone hat, ist ein... Ich weiß. Ey! Ja, ich springe, ich sprinte. Ja, ich springe. Ja, ich weiß, ich hab mich besucht. Ey, warte mit. Hase. Komm, weiter. Hat er was? Ah, ja. Alter! Ich hab einen Bonus. Okay. Da ist irgendwas. Holst. Hä? Ich bin schon weitergegangen. Ich musste. Wie kann ich A drücken? Wie? Wie kann ich A drücken? Mit meinem Ding? A drücken? Einfach A drücken? Einfach A drücken? Ich... A drücken? Was? Oh, die... Was ist das? Was ist das? Ah, hier sind die Wolken. Ey, ey, mach die Kamera nicht. Wir haben ein Leben, ne? Dann bin ich einmal tot und wir haben keine Lieblinge. Okay. Jetzt kannst du zeigen, dass es besser geht. Oh, Zeit. Ey, Daniel, komm. Tschö. Oh, scheiße. Kann man das... Ja, Zeit. Sehr nice. Oh, geil. Aber wir haben den ersten vergessen. 14 Sekunden. Okay. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, Sprinten, mega. Es ist mega mies, ne? Sprinten ist auf der gleichen Taste wie jemand greifen. Ja, aber greifen ist immer schon das gleiche gewesen. Ja, deswegen... Nur früher konnte man keinen anderen greifen. Was heißt früher? Also früher, in den älteren Spielen konnte man ja zum Beispiel diese Schildkrötenpanzer aufnehmen. Das war ja auch mit dem Sprinten. Ja, ja, ja. Ja gut, das war klar. Die, 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 die... Die, die, die... Die, die, die... Ja gut. Aber einen... Und Sternbl haben wir nicht, ne? Nee, nein. Oh, endlich wieder mal ein... 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 Magi-Kuba. Heißt der so? Magi... Magi... Äh, egal. Spiegelvermögen! So. Wir gehen in... Nee, wir gehen zu dem Magi-Kuba. So, wir gehen in? Ist das ein Tablet-Spiel? aus dem weg aber es gibt auch mein controller redet mit mir da hatte ich die krone kurz aber ich habe doch 5.000 aber wir spielen ja zusammen das meiste thema so die krone mit 100 alter dann gehen wir in war da noch irgendwas ja hier rechts achten wir das denn an ist also ja an die ist am start fünf sterne das hat man nicht verstanden das hat man verstanden die man die tipps an die kapitän und der geheimnis von dem rechtes dick trägst du die kamera so einmal unter wasser da ist schon einer am besten dort warten sie ist am schatten und wäre retour jetzt wird es jetzt wird es so ein kleines löchlein das fies der einzige gegner in dem leben ist ja nötig anscheinend immer die kamera ganz vielleicht bis auf der anderen seite die kamera drehen alles noch hoch und noch hoch und kammer ist der kohle andere richtung oder neigen Oh, kannst du lenken in den Ding? Geh mal zurück. Ja, muss er auch. Geh dir in die Röhre. Aber dann kann er er Zeit nicht. Nee, nee. Dreh nochmal. Nein, ich geh. Nochmal zurück in die Röhre. Ja. Kannst du lenken da drin? Ja, genau. Ja. Quasi, quasi, so. Gasi? Im Zweifel. Hä? Wie viele gibt's? Fünf, ne? Fünf. Ah ja, da oben links sitzt. Zweifel sehe ich. Ticket. Mal drei. Da kannst du das vor. Obst du jetzt mit Pisa auftraten? Warte kurz. Gut, da macht er doch nichts. Stimmt. Durch das Loch. Das engel Loch. Kannst du dagegen tappen? Mit dem Tablet? Beim Arm? und mit dem Finger wasch drauf. Da macht doch irgendwie den Finger da. Ne, er muss den Schalter oben drüber tätigen. Ah, glaubst du? Ja. Das kann gut sein. Hä? Die Quest-Nüsse kommt mal da her. Dreh mal um. Ah ja. Nein, nein, das stimmt schon. Yes. Ah ja. Hat er jetzt noch einen Stern? Ja, er hat einen Stern. Und da geht es dann direkt hinten in die Röhre. Pass auf die Dinger auf. Ah, die kriegen das nicht. Oh. Okay. Oh. Hä? Hat er nicht erwischt? Ja, aber eben doch schon. Ja, er hat aber ein Ding gekriegt. Achso. Wieder durchs Loch, oder? Müsste passen, wenn ich noch von der Zeit her. Ja. In kleine Löchlein hinein. Das ist nur pervers, wenn man pervers denkt. Ins Löchlein. Den, den stellen kannst du? Nee. Ja. Ja. In die Röhre. Nein. Nicht in die Röhre. Da warst du mit mir schon. Okay. Wieder zurück. Hi. Ja, weil... Das ist noch Zeit. Eineinhalb Minuten. In der Röhre. Und... Wieder zurück. Ja. Das ist die Kamera, meinst du? Hoch. Ja. Jetzt die Kamera drehen. Genau. Du, du, du. Kannst du einfach gehen, da passiert nichts. Runterfallen. Einmal nur. Ja, rechts. Also runter. Ja. Jetzt wieder nach links. Genau. Oh, was ist das? Stückewein. Was ist das? Kann nichts passieren, kann nichts passieren. Dreh ruhig die Kamera noch ein bisschen. Genau. Du, 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 du. Das ist doch ein bisschen. Mega Lack. 18 Sekunden. 2 Sterne. LOL. Oh, leck mich schon am Arsch. Sehr gut. Kann man das auch mal machen? Weiß nicht. Muss ja eigentlich, oder? Der ist gut, denke ich schon, ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach nur ein Leben vergangen. Und jetzt nehmen. Tabletten verlecken? Ich kann es ja nicht mehr so. Mach es nicht. Fortsetzen. Hauptsache gut geht's. Eben. Speichermogel. Soll ich mal versuchen? Ja, klar. Du bist dran, ne? Wir sagen noch mal. Äh, ja. Hast du gelesen? Nee. Die erscheinen wieder an ihren Stellen irgendwie. Trinken sie mal den Daumen. Ach hier, du kennst sie. Captain Tone und der Geheimnisvolle. Äh, Captain Twat. Captain Twat. Alles klar, Toto? Mache, Junge. Das ist mein Junge. Mag jemand von euch einen Berliner? Oh Gott. Oh Gott. Kamera. Keiner von Spitz. Ach so, ich brauch keinen Pilz, ne? Ich hab's, ich hab's. Du hast nicht verstanden. Ja, der Dame macht das. Äh, muss, ne? Ja. Ja. In diesem Sinne, Gruß dann. Nee, 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 nee. Die unverkannte Person. Vorbeigehen. Erst vorbeigehen. Erst den Stern haben wir, oder was? Ich komm doch nicht hin, das ist kaputt. Jetzt noch vorbeigehen. Ach so, du kannst nicht rüber, ne? Ich brauche mal den Peace-Bitch. Ach so. Ah, das macht... Na gut, okay, dann muss ich nicht runterfahren, okay. Die Kids verstehen das, ne? Oh, jetzt muss ich aufpassen, hier. Ja, ist ein Insider. Peter. Ich glaube, das ist ja eigentlich gar nicht, oder? So, dann haben wir's doch. Ja. Einmal rein. Check, check. One, two. Nice. Guck mal, sie sich freut. Level beendet. Clevel. War ich gespannt, weil die meisten Points. Ja, gut. Nee, das ist ja nicht so. Okay. Noch mal noch rein, oder? Nee, 14 Minuten. Haben wir ein normales Level gemacht in der Part? Äh, ja, ja, davor. Ja, nice. Okay. Gut. Okay. Dann gehen wir wieder in den... Den Jacksok ist man noch mal. Ja. Da wird dann auch der Andi dran, beim Jackpotzen. Kann man ein Glück probieren? Ja. Vielleicht erbringen wir uns das Jahr 20.000 D-Mark. D-Mark? Oh, das kommt bestimmt noch, dieser Boomerang-Dings. Das kennst du schon, ja? Die Blume war eben, was hat die mit dem? Äh, das Blatt halt. Das gibt's ja schon immer. Das ist ja auch später. Ja? Nee, man kann die nicht einschalten. Ja. Gut. Den bekommst du. Brauchen wir. Können wir gebrauchen. Sprecher-Vorgang. Das kennen wir. Und dann gehen wir im nächsten Part in Level 3,5. Wir kommen voran. Das ist nice. Röhrenlauge. Wir gehen dann in die Röhrenlauge. Ja, und langt mir auch so. Dann will ich sagen, was ist das Video? Wir sehen uns im nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut. Tschüss, bitte. Tschüss.